Musik Wir befinden uns hier im Westfalenstadion in Dortmund und wir veranstalten heute das TGA-Fachforum TGA in Schulen, Kitas und Sportstätten. Musik Musik Das TGA-Fachforum heute hier ist für uns eine hervorragende Gelegenheit, denn wir haben hier hervorragende Zielgruppen mit Planern und Architekten und Ingenieuren, mit denen wir sehr, sehr viel machen können und mit denen wir auch zukünftig dann in diesem Schwerpunkt noch mehr Hand in Hand gehen können. Auch für uns als Ingenieure im Werk ist es halt auch wichtig dann zu verstehen, wie tickt draußen der Markt letztlich. Und das kriegt man eben nur im Auge-zu-Auge-Gespräch hin. Das TGA-Fachforum ist für uns eine ganz hervorragende Ebene, wo wir sehr, sehr viele Firmen, Ingenieurbüros praktisch bekommen. Mit diesen Seminaren haben wir hervorragende Feedbacks und Ergebnisse erzielt. Musik Persönliche Gespräche, persönliche Kontakte, Vier-Augen-Gespräche, ein ganz wichtiges Thema. Ich bin mit der Erwartungshaltung hingekommen, mich über die Trinkwasserhygiene neu zu informieren, weil ja viel in dem Bereich überarbeitet wurde, was ich persönlich sehr gut finde, da wir zu 95 Prozent in Schulen arbeiten. Da sind immer wieder Neuerungen und da müssen wir auf dem neuesten Stand bleiben und deswegen ist das, also finde ich das sehr gut, dass man dann auch direkt die Informationen aus erster Hand bekommt. Solche Fortbildungen sind natürlich da sehr gut. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.